Diese zwei Stationen, Bröndby und Apollon davor, hätten mich, glaube ich, ein bisschen besser mit der Bundesliga umgehen lassen, muss ich leider zugeben. Ja, weil? Ja, weil ich einfach in der Bundesliga damals gegen jede Wand gelaufen bin, die sich mir in den Weg gestellt hat. Und das habe ich hier gelernt, dass du dann ab und zu einfach auch nicht mehr weiterkommst, wenn du immer nur versuchst, durch die geschlossenen Türen und Wände zu laufen, sondern dann musst du halt mal wieder vielleicht auch jemand anders in die Bresche springen lassen, dass der mal die Kämpfe führt und nicht du jeden. Also das habe ich jetzt schon gemerkt.